Hallöchen! Hallöchen, Pupöchen! Hallöchen! Hallö! Hallö! Ach verdammt, das wollte ich doch eigentlich gesagt haben, bevor ich hier starte. Das Spielkind kommt... Spielkund? Das Spielkind kommt heute nicht. Genau. Warum nicht? Töchtergeburtstag geht vor. Happy Birthday! Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday! Spielkindstochter! Töchter! Zwei. Beide. Zwillinge. Ach, Zwillinge? Ja. Ach. Ja. Happy Birthday! Sag ich dann nur. So. Ne, und dann ist halt... Ach, läuft ihr damit ja nicht als Tag schon rum? Bist sowieso schon angefressen, weil ich weiß, woher das kommt. Ja, und dann guckst du aber anderen Leuten mal so in die Let's Plays rein. Ich nenne jetzt bewusst keine Namen, aber wir wissen alle, wer gemeint ist. Ne? Vermutlich. Ich hab's noch eine Ahnung. Ich guck mir erst mal an, was du hier machst, während ich hier noch Nachrichten schreibe. Ähm... Er hat mir davon abgeraten, zweigleisig im Endeffekt zu fahren. Also über zwei Kanäle. Mhm. Macht es aber jetzt selber. Mhm. Logik? Okay. Ja. Ja. Stundenlang mit Frau diskutiert. Weil sie weiß, wie ich bin. Ja. Seltsam meistens. Also... Das ist halt... Was machst du? Entweder lässt es links liegen... Oder aber... Du gehst drauf ein und rechnest mit den Konsequenzen. Mhm. Ähm... Bleib mal weg. Wo bist du denn rein? In was? Ähm... Kommst du gleich links da? Hm, vielleicht? Ja, ich bin schon wieder da. Oh shit, das könnte jetzt übel werden. Der steht nämlich gerade da und... Mach hin, Spiel! Der steht da und ballert gerade unsere äh... Dinge weg. Im Drauga. Ich hoffe nicht, dass er das Portal erwischt. Ähm... Haben wir noch ein Schwert oder sowas? Und in der Kiste irgendwo. Ja, ich hab zumindest ein Knüppel und äh... eine Eisenrüstung an und ich musste eben was essen. Und dann ganz schnell da rein. Hier, hier, hier. Schwert kannst du arm. Schwert kannst du. Gib mal her. Cool. Danke. Jetzt brauche ich noch eben, äh... zu essen. Warte, ich komm... Ich komm mit der Axt direkt hinterher. Ja. Ähm... Das ist eine gute Idee. Ich futtere mir das, das und das rein und... Oh, da. Action, 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 action. Geht schon wieder gut los. Und ich schaffe es nicht, eine Leiter, eine Treppe, also hier hoch zu gehen. Da, 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 da. So. Bist du gehbehindert? Ja. Ja. Komm, 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 komm. Also haben wir uns ja dann dazu entschieden, wir lassen ihn einfach links liegen und er ist da... Du stehst... Wie geil ist das denn? Du standst auf dem Drauf und er hat auf nicht geschlagen. Ähm... Ähm... Ich... Sag mal! Du schiebst mich die ganze Zeit von meinem Grabstein weg. So krieg ich meine Sachen natürlich nie. Ähm... Äh... Äh... Ich hör schon wieder einen. Oh! Hinter dir! Der ist da vorne im Wasser, ne? Ach da! Ja, da komm ich jetzt nicht hin. Oder kommen noch zwei Dauer. Die Stundegel krieg ich auch nicht kaputt, oder? Ähm... Der will zu mir. Der will zu mir. Sag mal, nur weil ich keine Klamotten habe, heißt das noch lange nicht, dass ich zu mir kommen muss. Alter, wie viele sind denn hier von den Viechern? Ja, sehr viele. Ähm... Alter, ich würde da nicht so nah rangehen, ne? Ja, ich muss an meinen Grabstein kommen, das ist das Schlimme. Ja, ich versuche ja schon. Ich bin schon überlegen, wenn ich mir hier einfach ein Floß hinbaue. Guck mal, da steht ja noch ein Bötchen von uns. Ohne Scheiß, das waren so viele. Oder sind so viele hier, da kann ich einfach munter reinbayern und treffe auf jeden Fall. Ja, dann hast du auch mal Glücksgefühle, ne? Ja. Du hast da auch mal was. Ähm... Okay. Ach, da ist ja auch ein Tor. Echt jetzt? Ich schieße mitten rein und treffe trotzdem noch neben? Das ist Kunst. Einen haben wir. Oh, äh... Müsste ich doch, wenn ich jetzt hier... Ach, ich habe keinen Hammer mit. Ja, sehr schön. Ich hätte einen. Was hast du mir, indem er eben zuwerfen ist? Äh... Ich kann es versuchen. Wenn ich ihn jetzt nicht... Bitteschön. Dankeschön. Ach, ich brauche Lederrest und Harz brauche ich auch. Ist doch nicht wahr. Ist doch nicht wahr, Spiel! Hast du nicht gerade gesagt, wir haben hier noch eins? Lederreste. Ich wollte mir einen Floß bauen. Ja, aber hier ist doch ein Schiff. Ja, aber hier ist doch ein Schiff. Ja, warum soll ich denn jetzt versuchen, in das Schiff zu kommen? Ich will doch nur an meinen Grabstein. Mehr nicht? Ja, ist ja gut, ist ja gut. Ist ja gut, ist ja gut. Ist ja gut. So, nächste Ding kaputt. Alter, geht das hier direkt wieder los? Oh, Schlundegeltrophäe. Schön. So. Ein paar Blutsäcke aufgesammelt, falls es jemanden interessiert. Ja, die können wir gebrauchen. Tränke und so. Weltwichtig. So, jetzt sind die weg. Äh. Also im Moment ist hier alles frei. Du kommst so an deinen Grabstein ran und hier liegt... Okay. Offensichtlich war hier ein Troll. Moment mal. Sag der. Ja, der ist doch... Da war doch jede Menge... Da war doch ein Zorngeist und alles. Da war doch Highlife und Action und keine Ahnung was. Ich habe Fragen. Und Erinnerungs-, also Gedächtnislücken. Ne, hat sich erledigt. Ich wollte eigentlich fragen, ob wir tatsächlich zwei Schiffe hier haben. Aber... Ja. Das eine wurde gerade zerstört. Ich habe meine Sachen, da liegt Gold noch jede Menge. Was soll der Scheißkollege? Du da hin. So. Ich bin wieder angezogen. Das ist doch geil. Das ist doch schön. Au! So, was... Was machen wir? Ich kümmere mich erstmal um Drauger. Ja. Der hat nämlich... Na? So. Der ist tot. Du kleine ranzige Mist-Sau. Ist der verkehrt bei dir? Ich habe Innerein. Er hat ja keine, was da geht. Manche drei Bäume hier mal Fälle, oder? Du kannst machen, was du willst. Dann geh mal so dezent auf die Nüsse hier. Und guck mal, dass du irgendwas um das Portal drum herum gezogen kriegst, damit wir da ein bisschen Schutz haben. Müsse ich doch von allen Seiten, ne? Geh her. So. Nächste. Und du. Auch noch. Komm. Die kriegen wir. Fertig. So. Hier sind erstmal die ganzen ekeligen Egelchen hier. Ja. Tot. Ja. Hier sind wir jede Menge aus, oder? Den brauchen wir nicht hier. Ich hätte gerne die Eisenwegel. Hier sind die jede Menge. Ich trage zu viel. Können wir dich noch mitnehmen? Nein. So. Ich habe alles hier raus gefischt. Sehr schön. Steine weg. Oh. Ich müsste einfach nur den Gürtel anziehen, ich Idiot. So. Perfekt. Das hast du jetzt selber gesagt, ne? Das ist dir, ne? Ja, aber das ist mir bewusst und damit habe ich ja auch recht. So. Mann, Mann. Mann, hast du ziemlich schnell dein Zeug gefunden. Dann hast du auch was. Ja, hallo Trager. Hallo. Hallo. Bist du doof? Du kannst doch nicht einfach von hinten kommen, du Dreck-Sau. Ziemlich genau das meinte ich mit. Wir sollten vielleicht hier ein bisschen abschotten im Moment. Ja, ich bin da schon dran. Hm. Ich höre doch hier schon wieder Viecher. Ah, da. Sag mal. Wo kommen die alle weg? Also, ja, die kommen von drüben. Das ist mir klar, aber... Oh. Sag mal. Wo kommst du denn? Der ist an dir vorbeigelatscht und kommt direkt durch zu mir. Oh, ein Zwei-Sterne-Schlundegel. Schank ihn holt, me. Marie, Schank ihn holt, me. Ich wollte gerade sagen, hol dir doch welches aus dem Wasser, aber das ist gerade eher unvorteilhaft. Komm. Komm mal hier, ihr kleinen Bitches. Oh, oh, der Zweier, der haut rein. Oh. Oh. Okay. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Zumindest, hier gehe ich aufm Brücken. Oh. Ist dir jetzt schon wieder hier los, ey? Das stimmt. Einer der Gründe, warum ich das Spiel so liebe. Oh, Mann, ey. Es geht schon direkt wieder gut los. Ja. Ach, bist du auch tot? Ja, sicher. Hier. Die gegen 15 oder was da da waren, konnte ich auch nicht durchkommen. Ich gehe einfach direkt drüber, hole mir den Scheiß und hoffe, dass ich es überlebe. Oh, das klingt nicht gut. Das klingt nicht gut. Irgendwas hat er kaputt gekriegt. Oh, das ist nicht gut. Ja, deswegen will ich ja so schnell wie möglich wieder da hin. Der hat das Portal abgerissen. Oh, jetzt habe ich ein Problem. Jetzt hast du ein Riesenproblem, ja. Nee, ausgerechnet das Portal. Jetzt kann ich nur noch im Kreis laufen, ne? Kommst du an deine Sachen ran? Nee, die stehen mitten im Wasser. Ich kann da nicht hinkommen. Kommst du an meine Sachen ran? Die müssten ziemlich am Rand stehen. Ja, hast du einen Hammer drin? Nee, den Hammer nicht. Siehste. Vorsicht. Scheiße, ey. Ich kann doch jetzt nicht stundenlang im Kreis laufen. Ja. Dann wird das richtig lustig heute. Dann haben wir nämlich nichts zu tun. Oder wir haben was zu tun. Und zwar ganz genau das, was wir machen müssen. Ähm. Versuch mal an deinen Stein ranzukommen. Oh, Scheiße. Ich komme hier nicht weg. Oh, Mann, ey. Ich gucke mir ja das Spiel gerade. Au! Au! Das war knapp. Ich würde nicht in die Richtung gehen. Da ist wieder Sumpf. Ähm. So. Was kann ich denn jetzt machen? Haha. Und auch da in der Ecke nichts, ne? Nein! Nein, 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 nein! Nein! Scheiße! ja also wir befinden uns hier oben das heißt also hier befinden wir uns ja wir müssen wir zum uralten und dann wieder rüber entweder zum uralten rüber oder wir müssen von da oben runter deswegen wollte ich ja so schnell wie möglich da drum herum ich weiß das schlimme ist halt die kreize mit holz brauchst du ja gar nicht anfangen mit der honi sehr kaputt das heißt du musst es im ende ja hallo mond du warst aber schnell unten sie ist es im endeffekt runter sachen schnappen irgendwo in den dunkelwald war nur ein kleines stück dunkelwald da ist nicht viel also wir haben da auch nicht viel platz um das zu machen da ist ebene die welt von allen seiten kommt ja sicher ich habe keine ahnung wie es aussieht weiter in den wald rein geht das weiß ich auch nicht so weit war ich nur nicht aber der witz ist da steht ein schiff rum haben wir stehen zwei schiffe ja ich überlege also ich guck gerade ob wir irgendwie da sind wir und wissen hier ja auch noch weiß was schön ist wir haben auch keine axt mehr hier nichts mehr wir sind wieder neu wie sich das gehört sehr schön hat können der hake brauche ich nicht was braucht man den fünf schiff lass mich doch eigentlich gucken handwerksstation benötigten dach ja das weiß ich doch jetzt wäre die frage ob man hier unten rechts rum kann aber wahrscheinlich auch nicht mehr durch auf stein aber hier wo 22 steine rumfliegen oder so ich habe hier sind 17 steine in der kiste ja hier sind 31 steine ich brauche nur zwei erst mal diese zwei steinexte und war vorher steinexte das heißt wir konnten noch holz könnten uns holen ja normales holz also können floßbauen danach hat er wird schön da wird schön fluss brust du gar nicht rüber versuchen ja 80 bronzenägel 30 edelholz 10 hirschfeld 20 harz nägel 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 haben wir hier noch kopf warum liegen kupfer wahrscheinlich nicht so wo können wir denn noch holz herkriegen wenn dann von davor stehen die kollegen auch schon wieder rum ja doch heute ist holz ist das kleinste problem alle können uns auch drüben holen wir brauchen wir jetzt erst mal welches warum stehst du darin wäre ich nicht du der kollege boxe da 20 ach du scheiße 24 mit einer feuersteinaxt brauchen wir schon nicht anfangen da lag auch noch ein kolben in der kiste stimmt ich idiot jetzt schon das zweite mal heute was ist denn los mit dir läuft ja ich habe einen run idioten run ja sehr schön ich frage mich nur gerade warum wo der herkommt 30 edelholz 20 harz 10 hirschfeld ja das weiß ich auch nicht ich weiß nur dass eine von den werkbänken schon korrigiere dass mindestens zwei werkbänke weg sind drei also der ist hier einmal schön durchgegangen hat sämtliche werkbänke platz gemacht und dann spawnen die natürlich ja was zum geier warum haben wir keinen hirschfeld mehr vielleicht drüben ich guck gerade mal im lagerhaus jetzt und dann werden wir in der nächsten folge sehen ob wir hirschfeld haben oder nicht das werden wir sehen tschüss zum nächsten mal